so hallo ihr lieben präsentischen neuer parteiaport beziehungscoach und so weiter und schaut mal meinen neuen residenzkurs rein gibt es im frühbuchabreis und zwar so meine arbeit auf libeschiff.de schreibt mir auch gerne mal eure fragen die ihr habt mein formular auf libeschiff.de und wir haben heute eine mail von rastowkow der ein ganz spannendes thema behandelt darf ich meiner toxischen ex nach ein paar jahren noch mal eine zweite chance geben ich glaube das geht ganz vielen im kopf rum so hallo christian ich habe eine frage welche mich doch etwas beschäftigt versuche es kurz zu halten weil die typischen probleme schon in diversen e-mails deiner klienten besprochen worden sind ich trennte mich ebenfalls vor zwei jahren aus einer hochtoxischen beziehung liebeskummer bänder trennung war zwar hart aber soweit kein großes problem zu den ex-partnern gab es auch nie wieder kontakt unsere damalige beziehung hatte gerade so die 200 tage grenze geschafft aber da war der drops dann auch schon gelutscht ich musste mich trennen weil ich wirklich am ende war ich würde niemals sagen dass ich der arme pluspol war und sie der böse minuspol ich war eher bindungsvermeidend mauern dreiecke und sie war bindungsvermeidend und ich auf eine art auch beziehungsvermeidend eifersucht keine standards sie waren beiden zu gleichen teilen daran interessiert dass die beziehung funktionieren soll wir kitzelten die unangenehmen seiten aus uns beiden heraus ja das ist ja vor allen dingen in so ein bisschen toxi toxi beziehungen holt man immer schlechte aus sich raus warum damit man es angucken kann bearbeiten kann anzumerken sei bei ich war selbst ein arschloch ich könnte mich also steht ihr so ich trahnte mich irretwegen aus meiner vorigen ehe und vermute mal aus dem dreieck raus was für meine extra mehr als ein schlag ins gesicht war auch hier habe ich mittlerweile meine konflikt war meine anteil erkannt jahrlang habe ich meine standards in der ehe übergehen lassen wovon meine extra nichts wissen konnte damit sie vielleicht die chance gehabt hätte daran mit mir zu arbeiten anyway mittlerweile haben wir extra und ich eine basis der kommunikation gefunden sind eigentlich ganz zufrieden mit der trennung es war überfällig da prinzipiell nichts mehr funktionierte und ich oder wir keine trennungskompetenzen hatten und ich persönlich die ehe nur noch als konfliktvermeider aufrechterhielt ja selbst reflektiert alles wunderbar ich gemeiner und fieser move von mir mit dem ich lerne zu leben die damalige sofortige trennung führte bei der toxischen ex beziehung dazu dass ich umgehend emotional verfügbar war und bei ihr dementsprechend mauern hochgefahren wurden ja also das ist ja was ich immer wieder sage einer der 758 grunde warum ich dreiecke so ablehne weil eben nur als drei funktionieren und dann gehst du aus der hauptbeziehung rauskommst in die häufig hochtoxische affäre rein also das habe ich immer wieder erlebt einer partherapie dass die affären wirklich völlig volatil und toxisch und grenzüberschreitend und ich weiß nicht was und aber auf einmal wird die dynamik geändert du bist verfügbar und dann lässt das im interesse nach ich verweise auch gerne mal wieder auf das viel zu wenig geguckt video das bindungsängstliche dreieck ist ein ganz altes video von mir wo ich diese dynamik unserem dreieck noch mal aufdrösel verlinke ich hier irgendwo mal gut die dynamik wurde immer verzwickter und hatte mit beziehungsqualität nichts gemein auch die lebensqualität war auf dem tiefpunkt aber diesmal trennte ich mich tatsächlich aus freien stücken und hatte danach zwei jahre nur für mich dating pause passierte von allein ich genoss einfach die stille fing an mich zu entfalten und gefühl das erste mal in meinem leben qualität zu verleihen das wort nice girl trifft es zufällig traf ich nun die toxische ex die anführungszeichen sind mir wichtig also schreibt es in anführungszeichen weil ja immer zwei der parteien dazugehören ja ja gut was hat es auch nicht so viel geschrieben von der beziehung also war es jetzt einfach war es jetzt wirklich so richtig schlimm toxisch mit liebessucht und ich weiß nicht was oder war es einfach nur das heißt nur also bindungsvermeidende tendenzen jetzt wäre vielleicht ganz gut gewesen jetzt noch mehr über diese beziehung geschrieben dann könnte man da jetzt noch einfacher was zu sagen aus meiner sicht sind ja nur beziehungen so richtig toxisch die abhängig liebessüchtig abhängig sind wenn es einfach nur schwierigkeiten gab und bindungssysteme nicht hundertprozentig übereinstimmen ja kann natürlich daran arbeiten also für mich ist toxisch dieses nicht mehr schlafen nicht mehr essen nicht mehr abend können völlig am arsch sein das weiß ich jetzt halt nicht das wort toxisch wird ja auch zunehmend verwässert das ist jetzt ein bisschen schwierig aber zufall gibt es mal gar nicht also das universum schmeißt sie wieder vor die füße und sagt jetzt okay wo stehst du jetzt so sie schien am unglück sie schien am unglücklichsten mit der meiner damaligen entscheidung der trennung zu sein sie konnte es überhaupt nicht fassen und sich niemals erklären weil ich sie nach der trennung sofort überall blockiert hatte ja okay mir war die rückfallgefahr stark bewusst ich wollte keinen on off ja also das klingt ja jetzt so dass du schon liebessüchtig war es also dann wäre es ja schon eine toxische beziehung gewesen und tatsächlich rate ich davon ab wenn man einmal zu jemandem liebessüchtig war zu dem das ganze leben keine beziehung mehr aufzubauen also aber meine ratschläge wenn ja immer in wind geschossen und ich kann es auch verstehen weil ich finde das immer die liebessüchtige innere stimme also diese drogensüchtige innere stimme die wir natürlich genau das dass man zufällig die ex trifft ist ja auch so ein narrativ zufällig treffe ich die ex wieder und jetzt klappt es aber und dieser süchtige innere anteil der will natürlich alles das haben wieder zurück kann so ne und da bleibt man auch mit so einem gewissen mini prozentsatz ein leben lang anfällig glaube ich so ne und klar und jetzt so die liebessüchtige stimme schreit jetzt ja ja da hätte sie wieder täte sie wieder sie bestimmt ganz anders und dann fängt man an gründe zu suchen warum müssen jetzt in diesem fall okay wäre das zu machen aber ja ist seine entscheidung und man das leben ist ein abenteuerspielplatz und ich merke so dass ich immer weniger zu sagen kann also wir müssen einfach verantwortung übernehmen zu unseren entscheidungen und du triffst jetzt die entscheidung und aber ich bitte dich ein schreibt mir mal in drei monaten was da rausgekommen ist das würde mich echt interessieren wirklich so zwischenzeitlich begann sie offenbar eine therapie um ihren bindungsvermeidenden seiten zu bearbeiten ja aber jetzt weiß ich nicht wie lange macht sie die therapie also das ist ja klar das ist immer so macht therapie macht therapie aber immer man sie hat jetzt fünf sitzungen gemacht also wird sie jetzt nicht ihr bindungsmuster geändert haben aber gut ich weiß es nicht vielleicht auch nichts zu sagen vielleicht macht sich auch schon zwei jahre und keine ahnung aber das meine ich jetzt mal sucht jetzt gründe warum man sie wieder daten kann so sie bat mich um eine letzte chance und was soll ich sagen bei uns stimmt die chemie ach das hätte ich gedacht dass die chemie stimmt in einer toxischen beziehung okay sie ist hot hätten wir jetzt auch nicht gedacht sie findet mich heute hätten wir auch nicht gedacht ich bin ihre neuen fängt sich schon wieder an zu lovebomben oder was ich weiß das hat für eine gute beziehung nicht unbedingt was zu sagen ja aber die chemie stimmt aber ich sah sie ernsthaft bedauern was ich nach einer solchen zeit nicht erwartet hätte also ich kann nur sagen aus meinen erfahrungen mit toxischen beziehungen oder auch was andere männer insbesondere schreiben die ja mal männer haben ja so ihre eigenen toxischen beziehungen gehört das dazu dass ich also es gibt sicherlich viele beziehungen wo sich gar nicht entschuldigt wird aber es gibt auch beziehungen wo sie entschuldigt wird und dann geht trotzdem der gleiche scheiß sofort weiter worte zählen da leider gar nichts also klar wenn sich jetzt anders verhält aber mal ich bin es echt was also mein coach früher hätte gesagt das ist wie wenn du mit verbundenen augen über die autobahn gehst und versuchst dass sich kein auto umfährt das hätte der dazu gesagt aber ich wollte damals auch nicht hören naja egal hast ja auch wenig geschrieben zu der beziehung jetzt ich wollte nie wieder mit ihren kontakt haben naja da würde ich jetzt mal so frech sagen wenn du sie triffst dann gibt es wohl noch ein teil in der damit ihr kontakt hat weil wir wirklich durch ist mit jemand trifft bei den eigentlich nicht wieder aber könnte jetzt so sehen könnt ihr nicht so sehen auf jeden fall habt ihr noch frequenzüberschneidung weil sonst würdest du diese person einfach nicht wieder treffen sondern aber gut dieser zufall das war alles aus den fugen geworfen mein lieber es gibt kein zufall glaubt mir das ist ein typischer test des universums und das universum ist neutral das sagt ihr einfach was machst du jetzt damit das ist auch gesagt das weiß nicht mehr erst hinterher was genau die aufgabe aber das ist typischer test des universums ich resumierte ein paar tage wägt er ab und stimmte einer neuen dating prozess zu ich label die chance lege ich label die chance es als dating okay für den satz verstehen nicht alles was vorher war bleibt in der vergangenheit ja wollen wir schauen wie das klappt ist unwichtig was zählt ist das jetzt ja das ist also ich höre da die lebessüchtige innere stimme raus aber vielleicht lege ich falsch musst du für dich mal gucken wie sich das dann so schön redet und so froh ist dass es weitergeht und da kommt ja auch erst mal wieder eine honeymoon phase und schreibt mir in drei monaten noch mal das würde ich gerne mal hören ich möchte sie neu kennenlernen mit meinem erlernten skills die sache neu bewerten also vielleicht machst du da neue erfahrung aber ich kenne eigentlich nur dass das mit skills gar nichts zu tun hat weil du kommst aus dieser dynamik einfach nicht raus wenn sich das mal einmal so etabliert hat sondern liebesüchtigen muss damit jemand da kannst du so viele skills haben das ist meine erfahrung kannst du viel skills haben wie du willst du kriegst es einfach nicht gehandelt weil die träge die träger die walzen einfach alles nieder und es ist besser mit den skills mit jemand neues anzufangen aber gut nun mein letzter konflikt bei dem ich nicht weiter weiß meine freunde sagen okay versuche es ja das ist ja typischerweise was sollen die auch sagen verwandte sagen lasse es und du machst sowieso was du willst das ist ja auch meine erfahrung ist ein bisschen frustrierend so meinem job dass menschen machen was sie wollen das ist manchmal wirklich schwierig gerade in diesem bereich wo ich arbeite dass menschen häufig ganz schwer davon abzubringen sind dass immer das gleiche zu machen also ich habe hier leute bei mir die schreiben eigentlich seit jahren immer die gleichen fragen und ich sage immer das gleiche ja muss das und das lassen oder und sie tun es aber nicht und schreiben mir nach sechs monaten die gleiche frage und dann meine ich ist denn noch genau die situation ja ich weiß auch nicht dass es wenn es um diese liebes sucht thematiken geht da wollen wir wollen da einfach nicht raus aus unserem muster das ist wirklich krasse es ist so verrückt weil es diesen stallgeruch hat wahrscheinlich aber gute schreibst du jetzt nicht viel dazu ich sage ich will es ja 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 wieder rein dieses mal langsam gemächlich ja also ich schreibe mir wirklich in drei monaten ich würde sagen da kannst du machen was du willst das wird wieder genau den gleichen weg nehmen aber halt mich auf dem laufenden vielleicht täusche ich mich ja mal aber zu gleichen teilen denke ich was soll das ist schief gelaufen ja sorry das ist deine entscheidung dass du dich wie auf sie einlässt nichts ist schief gelaufen das ist es bleibt immer ein rest genau wie bei anderen süchten auch bleibt immer eine restwahrscheinlichkeit dass man wieder ein rückfall hat ja es menschlich da gibt es auch nichts zu zu sagen hat die bändertrennung nicht funktioniert naja es werden ja in dem moment wo du jemand wieder siehst wenn er wieder neue bänder geknüpft und das ist deine entscheidung was du dann machst bin ich nur interessant weil ich angeblich der erste war von von der sich von ihr getrennt hat das kann ich habe keine glaskugel jetzt das kann ich jetzt nicht sagen aber sicherlich macht einen das für frauen interessant absolut weil ich hat sie auch einfach also ich bin ja ich kann mit dieser romantik mit mittlerweile tun mich das schwer mit vielleicht hat sie auch einfach gerade niemand oder ich keine ahnung aber ich bin jetzt an dem punkt sicher dass sie das auch will so ne also das ist jetzt nicht ich glaube nicht dass sich irgendwas vormacht weil ich nicht mehr verfügbar war kann man sich in so kurzer zeit wirklich verändern oh man ich glaube für einen psychologen erschreckend wenig dass man sich in kurzer zeit verändern kann aber man kann es natürlich ist es möglich wird es nicht nicht in abrede stellen aber gesagt die liebesüchte innere stimme möchte das glauben aber also ich weiß nicht was dem alt also mein meine lebenserfahrung sagt mir dass menschen sich äußerst äußerst selten nachhaltig ändern man kann schon dynamiken mit menschen natürlich man kann wahnsinnig viel machen in beziehungen jetzt nicht toxisch sind kann man wirklich viel machen weiß ich die menschen warum weil sie die menschen nicht ändern müssen sondern weil du die dynamik ändern kannst ja auch in der partherapie da ändern sich nicht die menschen komplett aber die dynamik ändert sich und dann bewegt sich wieder was so aber wenn du sagst das war eine toxische beziehung könnte ja mal drunter kommentieren was ihr meint aber als möchte darauf wetten müsste ich würde viel viel geld auf das ist nicht funktioniert muss ich ganz ehrlich sagen aber macht seine eigene erfahrung ich kann ja auch mal schief liegen also glaube ich zwar nicht aber naja aber geht es dem motto vergibt nur eine chance es fühlt sich erst mal richtig an ja das fühlt sich immer wenn man wieder zurückgeht zu seiner droge es fühlt sich im ersten moment immer richtig an aber mit dem motto vergibt nur eine chance frage ich mich ob ich mir gerade wieder den schuss meines drogencocktails setzen will das war jetzt mal nicht so seit dem wiedersehen du könntest immer darauf achten ob du adrenalin und dopamin spürst das wäre zum beispiel kein gutes zeichen wenn du wieder das gefühl hast du bist auch so ein high und weiß ich nicht so ungeerdet auch so ein bisschen obsessiv vielleicht dann würde ich auf jeden fall auf drogencocktail tippen seit dem wiedersehen ist deutlich ruhiger als früher ich warte den datingprozess ab und ich bin neugierig was denkst du muss mit deinen worten zu sagen vor zwei jahren hätte ich niemals meinen kanarienvogel anvertrauen können warum machst du es jetzt warum vertraust du dich hier an warum so ein risiko eingehen was kann sein dass sie es natürlich sind ist sie ein bisschen anderer mensch geworden jetzt nach zwei jahren das werden wir alle aber warum so ein risiko eingehen schau mal vor du hättest eine freundin gehabt ich übertreibe zwar ein bisschen die seine komplette wohnung in schuld und asche gelegt hätte alles verbrannt und aus dem fenster geworfen und alle wände vollgesprüht und dann triffst du die wieder aus gesagt ja ich habe jetzt therapie gemacht habe mich geändert wo sie nur mal probieren und dann kannst du abwägen dass die wahrscheinlichkeit dass es jetzt gut geht wenn die wahrscheinlichkeit dass ihr euch wieder so anträgert das könnte jetzt auch geschlechter hat jetzt nichts mit frauen zu tun aber dass deine wohnung wieder zerlegt wird wenn das gegeneinander abwegst also warum dann nicht lieber auf einen neuen menschen setzen so eine weil das ist ja es geht ja nicht nur um veränderung selbst wenn ihr euch beide verändert habt ist die das bei jeder zweiten versuch ist das so dass die alten dynamiken ganz schnell wieder reingreifen natürlich glaube so zehn prozent bleiben zusammen 10 15 prozent glaube ich so die sie sich eine zweite chance geben man kennt ja auch paare die das machen aber ich vermute mal sie keine toksische beziehung hatten oder sie haben wieder eine und heute da hätte ich sie wieder will es sogar ich frage mich bin ich rückfällig geworden ja also kann ich zu 100 prozent natürlich nicht aber spricht einiges dafür würde ich sagen das ist nicht schlimm ist wir sind hier in diesem leben um erfahrungen zu machen aber eigentlich müsste ich eine trägerwarnung vor dieses video machen probiert es nicht aus bitte bitte der hätte neue menschen versucht nicht mit einem toxischen ex dem ihr oder vielleicht hat die auch toxische anteil in der beziehung ist egal wer das war versucht es nicht normal wirklich lasst euch da nicht anträgern also ich habe dieses video jetzt mal gemacht weil ich glaube die frage viele interessiert und weil mich auch interessiert bin wie es weitergeht aber lasst es wirklich lasst es und es ist wirklich einfach nur dieses weiß ich nicht unser gehirn was uns da was vorspielt was irgendwie ein bisschen wenig dopamin hat ein bisschen weiß ich nicht geht fallschirm springen tauchen snowboard fahren was weiß ich holt euch den krieg woanders aber macht sowas nicht ist mein rat in diesem sinne sehen uns bald wieder freu mich auf eure kommentare